Hi, ich darf euch diesen Monat wieder Profi-Tipps geben und habe mir überlegt euch ein paar Vorübungen für den Bogengang rückwärts zu zeigen. Die erste Vorübung, die erste Kombi wäre das Brücke- rausdrücken, dann das Bein hier hoch, abdrücken und dann hier rüber die erste Kombi und das Nächste wäre hier ganz weit nach oben raus. Erstmal nur hier hinter, bis ihr dann hier runterkommt. Denkt daran, euch immer mal ein bisschen auszurollen, damit wir den Rücken auch ein bisschen schoben und zu guter Letzt der Bogen dann rückwärts. Viel Spaß! Vielen Dank!